Ich hoffe, ich werde aus meinem Team auswanderen, bis ich mal höre. Ja, das ist natürlich jetzt sehr nervig. Normalerweise muss die Beschwörung unterbrechen, weil sie beschwört halt immer einer, die wir... ...schwört halt einer dieser Mobs. Und diese Rune hier in der Mitte geht halt aus, sobald der komplett Raum clear ist, beziehungsweise... ...was für andere Bosse. Ich verstehe es gar nicht mehr, warum meine Leute... Ja, auf jeden Fall machst du das so, du pullst den Raum, pingst normalerweise ein bisschen an. Geht eigentlich auch nicht. So, dann bleibst du da draußen stehen. Lustig ist ja eh, die kommen alle raus. Von immer her gelaufen. Ist ja das, was wichtig ist. Immer schön... ...angelaufen. So, und das Ganze geht jetzt einfach, äh... So. Ne? Geht halt bis... WTF, Alter? Ihr müsst die auch mal hier... Boah, Alter, Spaß. Erst haben sie keinen Bock. Und dann rallen sie es. Mann, 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 Mann. Nee, ich habe sowas für die Plätze gespürt. Die machen, was sie wollen. Ne, nicht das, was sie wollen. Na, Wotki. So ist dann nicht mein Heiler. Ja, das war mein Heiler. Ne, das war mein Heiler. Ne, das war... Na, der Knopf. So, solange Mann er da ist, beim Heiler ist alles gut. Jetzt müssen wir drauf achten. Ja, wenn wir nicht unterbrechen, kommen wir halt ein Neuer. Das kann natürlich echt, äh... Ein bisschen nervig werden. So. Ist immer noch ein bisschen mehr... Boah, ja, genau. Also... keine Sau sichtbar, aber ich werde wegkippen. Mann. Ähm, ja, wie gesagt, noch zwei Räume, dann geht die Tür auf, dann gehen wir hoch, dann gehen wir mit dem ersten Bus, dann kommen wir relativ früh. Mit viel Glück zum Rare Mob. Dann kommt der nächste Bus, dann kommt der nächste Bus. Leute, haupt das Vieh. Haupt das Vieh. Na, dann haupt das Vieh halt nicht. Machen wir den Jenkins jetzt mal ein, habe ich schon. Komm schon, warum ist denn schon wieder kein Wiener von meiner Gruppe hier? Oh mein Gott. Ich hab's jetzt weggekippt, wer mit H4 ist okay... Wieso? Oh nicht, nein, kommst echt keiner hin zu kicken. Gut, ich bekomm's jetzt gerade auch nicht hin, aber du bist ja... ich bin hin. Das ist ja... ich bin hin. Das ist ja dann... Ich hab's damit... Nicht ganz so viel zu tun. Wäre rege... ...und... Ich mache es natürlich auch, wenn ich sehe oder wenn ich kicken kann, aber es ist nicht mein Haupt-Tipp. Ja, so, ich bin kurz ein bisschen an der Höhe. Und dann hoffen wir, dass wir hier schnell durchkommen, weil ich möchte mit Zeit gerne auch erst mal aufhören mit dem Tor zu spät. Ja, achso, ja, ich habe den Jenkins-Tettel hier an. So, das ist Boss Nummer Uno, den muss man halt beschwören, indem man hier dieses komische Ding anklickt. Na gut, ist das. So, jetzt kommen hier die schönen kleinen NPCs, die noch nicht mal Elite sind. Die werden aber weggebomben sind, dann kommt es immer raus. So, kuck. So, kuck! So, das ist ein kranker. Kruuuuatz... Stimmt aber nicht. Ich fahr grad ein bisschen damit leben. So. Na komm, hör auf zu... zu labern und komm endlich raus. Ich glaub wir müssen nochmal drücken, ne? Glaub ich auch. Komm, schau und komm, schau! Ah, okay doch. So Events hasse ich wie die Pest, weil es dauert einfach unnötig lange, bis das Vieh da rauskommt. Aber okay. So. So, das war Boss Nr. 1 der trockenen Schönhalsschmuck für mich nicht. Dann könnte man der TUW sogar einmal den Jenkins Titel zeigen. Dann seht ihr auch wie er gemacht wird. Und... Jo. Ja, dafür müsste man erstmal hier unten ein bisschen freipolen. Und dann müsste man genau das machen, was man da nicht. Was macht ihr denn, Leute? Ihr dürft doch noch nicht anfangen zu Bomben, denn... Okay, also anscheinend wissen sie nicht wieder zu dir geht. So viel ist schon mal klar. Einfach Double. So. 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 So lange der Heiler keine Aguant ist alles gut. Wenn der Heiler Aguant ist gut. Das kann ich auf das 3. Ich weiß gar nicht wie viel man machen muss für den Püttel. So. 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 Wie gesagt, dann kann ich einige Hälfte, aber das Pult halt... zenie. Also normalerweise Pult halt... Viel. und zwar sehr viel also für eigentlich alle naja da muss man einfach mal drüber laufen und wenn sie halt zu früh anfangen zu bomben eigene schuld da habe ich ja noch in der führung war ich endlich da nicht ich keine mehr für den jetzt haben wir ja noch gegenseitig an zu fliegen sein helden ja also wie gesagt man normalerweise kann man sogar sagen alles klar man macht hier oben das alles hier dann nimmt man zwei mann einer läuft hinten rum der andere läuft vorne rum und dann pullt man alle hoch oder ja am besten fall hoch und macht aber wenn man meint den tank müsste pullen und man müsste dann schon direkt anfangen zu bomben was man jetzt bringt dann ja wirklich lieber dann achte ich lieber darauf dass man heiler überlebt und ich überlege vor unserem deppentitel nach macht die die leute hau ok das war mein heiler das war mein heiler der kompetentur gar nicht gut so jetzt kriegt man heiler nämlich im pfels nicht warum gehe ich mal eben runter so war das was warum läuft mein charakter nicht gut er ist halt das rolle war wie aber wenn du ab und zu mal beide maustasten muss also ich drücke so halt um laufen und nicht gleichzeitig zu drehen und dann auch noch wie er ist die und dann hängt sich das spiel ab und zu mal fest gibt es eigentlich den schmied noch nicht da da auch kinder ist ja ansonsten läuft hier ab und zu mal mehr mal rum das ist eigentlich der da erläutern und kreis und kann man holen es natürlich auch schön klein und wie gesagt man muss hier halt ein bisschen aufpassen weil die kicken halt wie wir da gesehen haben ist man ein ein musste wieder auflaufen aber das ist jetzt auch nicht so darum könnte man auch sagen ja darum macht man den jenkins zettel damit man halt unten damit er einfach mal runtergekriegt wird er mit dem drachen und bohren aber so viel ist mittlerweile nicht so schlimm So, die könnte man stehen lassen. Kommt ihr? Ich hab keine Lust auf den Schmied, den Schmied kann ich stehen lassen. Kommt, komm, 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 komm. Jo. Jetzt geht man einfach nach oben, springt von oben einmal runter und dann ist man auch schon beim nächsten Boss. Der hat halt, das ist Lotnepharos, der halt auch in der Schnee, wie hieß der Raid? Ich kann gleich drauf, ich muss mal eben gucken. Zeit für mich sofort. Nicht den Job, ich muss ins Compendium. Start. Burning Shoes Save, weil der natürlich... Ach stimmt, die haben wir ja nicht. Schade. Ich komm jetzt grad nicht auf die... Den Namen. Schwarzfeldspitzen. Doch, Schwarzfeldspitzen? What the fuck, wo kommen die denn von hinten her? Nein. Also ab und zu frage ich mich echt, what the fuck, hier bin ich schon da. Ich mein, normalerweise springt von unten und alles ist gut. Aber hier ist echt, äh, einfach nur der Wurm. Na, guck. Finde ich so. Wenn man jetzt natürlich nämlich den Drachkind da vorne macht, dann spawnen die nächsten Drachkinds. Ihr seid Helden. So, die nehmen wir jetzt mit. Wieder nach hinten, wir laufen jetzt einfach nur hin und her, weil... ...denk-denk-denk-denk-denk. Was das haben wir denn hier? Wögel. So, wir mögen genauer nicht. Erstmal irgendwie ist hier echt der Wurm drin. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Hm. Aber okay. Also wie gesagt, jetzt kommen hier einfach ab und zu mal ein paar Wellen. Also nicht ab und zu, es kommen hier ein paar Wellen. Mal zwei Drachkinds oder mal ein Drachkind, wenn man nicht Humanoid denkt. Dann mal ein Drachkind, zwei Humanoid. Zwei Drachkinds, zwei Humanoide und halt immer ganz viele von diesen kleinen Pissviechern dabei. Aber okay. So, wir kommen halt wieder an. Wie gesagt, das kleinste, das größte Problem sind halt, wenn die Viecher da entstehen. Der Grund ist, äh, das Torbeginn und so. Ja, da ist es. Und früher konnte man halt, äh, auch da reinlaufen. Und dann ging das Tor nicht mehr auf. Ja. Und dann stand man halt da hinten drin. Und wenn man den Heiler nicht mit Humanoid wohlzeitlich durch. Jawohl. Und da sind die nächsten Viecher. Tja, das ist jetzt gerade nicht eng anstrengend für mich, diese zwei Humanoid zu packen. Die Innie ist zwar ein bisschen kürzer. Als gerade eben, aber... Es ist nun mal anstrengend. Und das sag ich jetzt, wo ich denn eigentlich gewohnt bin. Ich will sogar längere Instanzen gewohnt. Aber das ist jetzt gerade nicht anstrengend für mich. Weil man dann irgendwann mal... Ich denk's jetzt einfach mal verlernt, gewohnt zu sein. Weil, äh... ist halt irgendwann nicht mehr normal. Also irgendwann hat man sich halt auch relativ schnell an kurzen Instanzen gewohnt. Und dann, äh... kommt halt immer wieder irgendwann so eine... so eine lange Innie. Okay. Zack, jetzt kommt... Boah... Noch eine... Jaaaa... Es kommt jetzt noch einer... Zwei... Plus Endboss. Ich hab's... Entschuldigung. Zwei Bosse plus Endboss. Da muss ich dann echt mal gehen. Diese Gehen geht gar nicht. Aha. Jetzt kommt der Boss. Nee. Doch. Der Boss kommt. So. Jetzt geht nämlich das dicke Kiepshäublings-Ding da runter. Nefarius auch. Und ne Eisenmach, die interessiert keine Sau. Na komm. Na komm. Na komm. Na komm. Und, ähm... Wenn hier oben jetzt noch einer stehen würde, würden die alle kommen. Das ist eigentlich das, warum ich nicht verstehe, warum jetzt gerade die... die vier Viecher auf einmal kamen. Hat man normalerweise erst, wenn die hier oben zu lange stehen. Aus der Gruppe. So. Boah. Wo bleibt der? Auch Inventarsvorderung ist gar nicht gut. Gar nicht. So. Komm jetzt dieses Mistvieh jetzt mal langsam. Kann man erstmal anziehen. Ja. Achso. Wir könnten sogar wirklich... Na egal. Jetzt haben wir... Wir hätten das sogar wirklich machen können, aber... Ich hab nicht gesehen, dass ich den Kopf gelotet habe. Yay. So. Da kommt der Boss. Da kommt der Boss. Und... Das, was hier an dem Boss so besonders ist, äh... Der dicke Kack-Ohr. Er springt gleich runter. So nach wie jetzt ist er runter gesprungen. Und dann gehen wir von der Gegend an. Zumindest ist es nur kurz. Äh... Ehm... 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 50% weniger... Heilung. Zack. Und... Ehm... 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 aber das problem ist jetzt kommt noch mal ein haufen gegner in der theorie müssen wir nicht alle machen so weil der schaden der gruppe der ist auch nicht so prall finde ich aber wie gesagt wir sind jetzt schon bei 83 prozent ja kulte kult doch einfach mal so wie ihr gründe warum ich nicht sofort alter leute hat ja immer ab dem arsch offen oder irgendwie irgendwann reitig irgendwann habe ich auch die schmerzen das ist bestimmt ein heilhafter also auch und so werde ich vor allem wenn ich müde werde ja dann aber wie gesagt normalerweise ist er schreibt aber ich bin wäre und eigentlich Prozent einig das nötigste machen will man wird nicht er gibt es sind dürfen mal es lohnt sich gar nicht wieder belegen man kann man schon so aber jetzt noch schon mal ein boss und denn 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 da kommt aber die bestie also das ist ja die bestie macht nicht nicht dolle dinge keine tollen die man dann wieder kippen bis hin vierten müssen und das war Und droppt dann gar nicht so eine schlechte Hose. Gar nicht so schlecht. So. Ansonsten machen wir hier jetzt noch einmal ganz kurz. Ja, wir machen jetzt hier noch kurz, ich glaube drei Gruppen und dann sofort schon vom Boss. Es tut mir leid, dass diese Folge jetzt echt vom Kommentatieren her schleppen will. Eigentlich hätte ich die Idee nicht mehr machen dürfen. Das ist jetzt gerade echt für mich der Kampf oder mein Kampf. Ja, bitte nicht böse nehmen wir hierzu. Böse nehmen wir hierzu.